Könnte interessant werden. Alien wins. Fatality. Alien Wins Fatality Brutality Alien Wins 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 Das Alien zerfetzte Shinnocks Körper bis nur noch ein blutiger Haufen Fleisch zurückblieb. Dann kehrte die Kreatur zu ihrem Nest in der Außenwelt zurück, von wo aus sie nach geeigneten Wirten für einen neuen Schwarmstock suchte. Das Alien spürte mehr als nur ein paar vielversprechende Spezies auf und zerrte sie zurück zum Versteck. Als eine neue Königin geschlüpft war, vermehrte sich der Schwarm exponentiell und verbreitete sich ungehindert im ganzen Reich. Mit einem letzten verzweifelten Ansturm auf die größte Brutstätte der Aliens versuchte Imperator Kotel Kahn die Außenwelt zu retten, doch der Angriff schlug fehl. Die Außenwelt gehörte nun den Aliens. Die Außenwelt